Der Volk für Stuttgart führt mit 2 zu 1, ich kann's nicht warten. Der Volk für Stuttgart hat den zweiten Treffer erzielt, an den hier niemand mehr geglaubt hat. Ich kann mich noch erinnern, ich weiß noch wie es war. Zum ersten Mal im Stadion, die Gänsehaut war da. Spieler auf dem Rasen, die Fans und der Gesang, Stuttgart, meine Heimat. Von draus vom Walde komm ich her, ich muss euch sagen, ich freu mich so sehr. Beim VWP Fanclub darf ich heute weilen, um euch zu erfreuen mit diesen Zeiten. Im Jahr 2017, von ein paar Franken gegründet, den Namen vom Fluss, der in die Regne schmündet. Bei fast jedem Spiel seid ihr im Stadion vertreten, die zu Hause geschriebenen, oft nur 3 Punkte fehlt. Ihr besteht aus einer echt bunten Truppe, ob jung, ob alt, das ist für ein Stuttgart. Die Liebe zum VfB hier alle vereint, beim Abstieg hat der ein oder andere geweint. Der Fanclub begeistert mit vielen Festen, ob Sommerfest, Weihnachtsfeier mit vielen Gästen. Eine Busfahrt wurde auch auf die Beine gestellt. In Stuttgart, gegen den Club, wurden 70 Leute gesetzt. Einige Gesangseinlagen sind bereits Legende. Viertel starten an den Bayern, zumeist gegen Ende. Vor allem müssen wir dem Präsidenten danken, dem Olli und dem Mittel, die zwei waschächten Franken. Ohne die beiden würde ich das alles nicht glauben. Deswegen dankt euch der ganze Bank und Haufen. Auf die Fußballschule kommt zum dritten Mal her, das freut unsere Nachwuchs natürlich sehr. Die Kinder sind manchmal noch schlimmer als die Alten, müssen in der Schule so manche Sprüche anhalten. Doch mit dem VfB-Gehen tief in ihrem Herzen drin, sind die Kids für den Fanclub ein Hauptgewinnen. Falls die Mannschaft dir so viel Leidenschaft zeigt und es nicht wieder in den Anfangsminuten vergeigt, dann ist es mir nicht bange um diesen Verein, dann wird der VfB wieder Erstklassig sein. Drum Philipp, diese Worte sind an dich gerichtet. Im letzten Jahr wurdest du oft als Vorschütze gesichert. Spiel einfach ganz locker und hab Spaß am Spielen. Dann triffst du mit der Tore sicher ganz viel. Und richte den Mannschaftskollegen aus, weil ich sie, die flüchten so einige Franken aus. Die unterstützen euch, auch wenn es mal nicht so geht, der Fanclub geschlossen hinter euch Spielern steht. Ist der Weg auch steinig, lass den Kopf nicht sinken. Wir laden dir, unser Ziel, was er zu bringen. Kannst du nur vorkommen? Zum Schluss wollen wir für deinen Kommen danken, der VfB Fanclub Rauhe Ebrach aus dem schönen Franken. Applaus 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.